Hallöchen und herzlich willkommen zu einem brandneuen Part wieder mal von Super Mario 3D World. Ja, es geht weiter hier in der Pilzwelt und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Floßfahrt, zur Geisterstunde. Los geht's, Luigi, bist du bereit? Mario. Komm, das schaffst du, Luigi. Du brauchst kein Mario. So, das schaffen wir schon zusammen. Wirst du schon sehen. Gut, also. Ach du Scheiße. Okay, irgendwas mit Licht und meinen lieben Boohus. Auf Wiedersehen. Darum sehe ich einen Stern. Da hin. So, so. Und mach halt. Nein, halt. Hoch. Und den Stern schnell den Stern holen. Und den weg. Ich will hier keine Geister haben. Wie, wo treffe ich den? Treffe ich doch gar nicht. Weg ist er. Uh, passen. Ich glaube, ich weiß, wo ich den nächsten finde. Wo. Ach, das ist voll fies. Man kann hier Geister töten. Warum? Wir haben uns doch gar nicht getan. Doch, eigentlich schon. Wir haben uns was getan. Rache für damals. Jetzt nur wieder so ein Licht. Aber warum ich da einfach... Nee, doch nicht. Ich dachte gerade schon, ich komme da nicht ran. Yeah. Cool. Ich dachte echt, mein Bruch da jetzt in den Bumerang. Haben sie vieles versteckt? Haben sie sehr vieles versteckt? So vieles, guckt in das Licht. Warte mal, halt da oben. Nein. Halt. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Da oben war doch was. Da oben war was. Ach, jetzt muss ich... Na gut. Machen wir schnell die Welt normal. Da oben war nämlich was. Dort winkt uns zu. Hallo, Freunde. Hallo, YouTube. Ich bin im Fernsehen. Im Internet bist du. Ach so, ja, ist das fast das gleiche. Äh, weg ist er. So, nochmal rein. Ich will... Das war blöde. Da war was versteckt. Das habe ich gesehen. Was jetzt? Ach, das Haus wieder. Dieses japanische, chinesische Haus. Da, was es nochmal ist. Gut. Aber den letzten Stern hole ich noch schnell, weil der war nicht schwer versteckt. War eigentlich einfach. So, nochmal Buus. Äh. Ja. Pfump. Das ist wirklich das erste Mal, dass man Buus töten kann. In einem Mario-Spiel. Hat auch eigentlich doch mit dem... Mit einem... Mit einem Stern konnte man die immer schon besiegen. Aber jetzt hat man hier halt einen Gegenstand, den man eigentlich ganz schnell wieder bekommt. Man kann wirklich Buus hier platt machen. Zack. Die kann man auch platt machen. Oh, nein. Oh, nein. Kein gleich da. Nimm mal halt den hier. Ey, komm her. Kommst du mal runter da. Danke. Äh. 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 Ach so. Ich dachte gerade, es kommt kein Floß mehr. Das wäre es jetzt gewesen. Es gäbe kein Floß mehr. Da werde ich jetzt hier gechillt. Ey. Was? Warum? Ey, komm jetzt mal bitte nochmal eins. Da ist eins. So, den hatte ich ja schon. Den brauche ich nicht mehr. Guck mal rein, weil hier so eine blöden... Wolken da. Unsichtbar rein. Das ist so fies. Runter jetzt. Juhu. Wutsch. Ach, die muss man sogar töten, damit das hier kommt. Aber... Ich hab's gewusst. Oh, rei. So. Wäre ich geschafft. War nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Jetzt ist mir schwerer gedacht, dass das irgendwie ein bisschen komplizierter wäre, aber... Juhu. Luigi. Hast geschafft. Wunderbar. Und er freut sich mit uns. Und er bleibt irgendwie stehen. Ist stehen geblieben. So, hä? So in etwa. So. Auf in die nächste Welt. Jetzt gehe ich in die Welt... Wo bin ich denn jetzt hin? Ähm. Was? Moment. Bevor ich in die nächste Welt gehe, mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar. Es gibt keine Stempel. Warum gibt's keine Stempel? Muss man doch irgendwie doch kriegen, oder? Oder hat man dann alle? Guck mal. Ich geh mal ganz kurz mal ins Menü. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier Stück. Warte mal ganz kurz. Und wie viel fehlen mir hier noch? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Warte mal. Also ich sehe auf... Ich erkenne auf jeden Fall die Icons von den Charakteren. Das erkennt man schon mal. Da ganz oben rechts ist halt Mario. Dann kommt Luigi. Dann da ist Thor. Ne, das ist was anderes. Ne, das ist was ganz... Das ist was ganz anders gewesen. Nehmen dem Pilz und dem... Äh, Thor. Brother da. Wo machen wir denn da? Da ist Peach. Dann da hinten. Nehmen, äh... Nehmen den Schlittschuh Mario ist halt Thor. Und da oben ist Rosalina. Also fehlen mir noch... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht Stück. Acht Stück? Hier fehlen echt acht Stück. Oh, gut. Okay, ja. Ja. Kommt ja doch vielleicht noch ein bisschen was. Gut. Auf geht's. In die nächste Welt. Gefährliche Schattenspiele. Oh, das ist schön. Mario, du bist dran. Ich will dich. Okay, das gefällt mir schon mal nicht. Äh, gut. Los geht's. Halt, warte, was? Warte, warte. Ne. So, eins. Schöne Welt. Gefällt mir. Ah, nein. Ach, Mist. So viel zum Thema. Gefällt mir. Ah, nein. Warte, warte, warte. Halt, 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 halt. Da muss ich hoch. Ich nenne das. Oh, nee, warte mal, da muss ich... Halt, warte. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss auch die Zeit missnachten. So. Ihm komme ich an den ran. Dumm. Das war gerade dumm. Ah, so. Warte mal, halt, hier ist doch irgendwas, oder? Äh, was war das? Ach so, das war die Explosion. Ah, ach so. Mit der Bombe hätte ich die also alle killen können. Mal gut zu wissen. Und, bin ich richtig? Wo bin ich? Oh. Halt. Nein. Egal. Oh. Zwei Sekunden nur noch. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Also, okay. Bombe-Obs-Platt machen. Und Dings fertig machen. Gut, okay. Gut. Äh. Ja, das war jetzt auch nicht so schwer. Also, die goldene Flagge hole ich mir später. Ich werde ich später holen. Dann ist wieder ein Buhu-Haus. Also, irgendwie nie was mit Buhus zu tun hat, richtig. Also, jetzt. Vom Aufbau ist das kein Haus, wie man es damals kennt. Zurück im Haus der tausend Touchscreen-Türen. Spannende Geschichte. Und das ist wieder Zeit für Luigi. Diitidiit. Freunde. Nicht hier so eine Scheiße machen. So, öffnen wir mal. Und ein Gong. Und den Gong. So rein. Mal schauen, wo hier die Münzen versteckt sind. Und ich wette mal, dass ich irgendwie diese Item-Gegenstände brauche. Was? Baseball? Was soll ich mit der Baseball? So, auf. Oh! Was war das? Wo kam denn her? Wo kam die Wand her? Oh Mann, oh, das ist fies. Die geht weg. Ey, Ball! Ball! Yeah! Siegt! Noch ein Ball. Was ist hier drin? Ah, jetzt habe ich euch gesehen. Mist. Ach so, das bewegt sich jetzt die ganze Zeit. Gut. Ah! Da ist ja noch ein. Ah! Warum benutzt ihr immer? Die. Oh, schön. Ja, wüscht. Was? Okay. Ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich was. So, okay, gut, weiter geht's. Gehen wir mal nach oben. Schauen, was uns hier erwartet. Oh! Oh, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Das, warum hat er das jetzt gemacht? Ach, Gott, scheiße, das ist doch der Angriff. Der Entschaden. Das wollte ich diesmal aber gar nicht. Ich kann doch die Bälle nehmen und den dagegen werfen. Cool. Warte mal, kann ich den Ball jetzt nehmen? Ich kann den Ball sogar nehmen? Wusste ich gar nicht. Geil! Was sagt mir denn denn gar keiner? So, warte mal. Halt, halt, halt! Boah! Ah, der ist down. Cool. Was ist hier drin? Ach, du Kacke! Warte mal. Ich habe noch einen Schlüssel gesehen, der war unten. Boom! Der war unter der Treppe gewesen. Komm ich dann mal hin? Ja, klar. Du müsstest gehen kommen. Los, lauf, Luigi! Lauf, 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 lauf! Ich weiß, du hast einen schönen Ball, aber... Boah! AHH! Alter, das war gerade knapp. Die haben mich mal erwischt. Boah! Oh, Gott! Ihr weg! Was wollt ihr? Ich will nicht mit der Spiele. Verfolge in die Treppe. Boi! Oh! Ich kann mal mit der Treppe. Komm ich irgendwie hin? Ich komme nicht hin. Wo soll ich denn da rankommen? Oder komme ich... Ach so! Ah! Natürlich! So, auf geht's! Mir fehlen noch zwei schöne Sterne. Und wenn ich die habe, dann ist das Level auch wieder zu 100% geschafft. Das ist richtig gut. Hier kommen... Ich komme gut voran. Also hätte ich nicht gedacht. Die Bonuswelt ist jetzt nicht... Jetzt nicht so schwer. Also das erste Level war scheiße gewesen, aber dann war ich ziemlich einfach alle. Und mein Ball verloren. So, warte mal. Oh, nein! Oh, Gott! Äh, ja. Das war jetzt nicht so schlau. Das war irgendwie dumm. Okay. Ähm. Ach so! Ah! Okay. Ja. 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 Danke. Danke. Warum? Na, du blödes Viech. Blödes Mistviech. Trifft mich volle Kanne und dann verliere ich auch noch alles. So, du sterb. Stirb. Du bist tot. Du bist auch tot. Du musst auch tot. So. Jetzt aber. Jetzt schaffe ich's. Nein. Was denn? Nein, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Nein. Warum hat er das dein Jetzt gemacht? Wieso? Das sollte er gar nicht machen. Ich wollte nicht, dass er jetzt schon den Drehsprung macht. Ich entscheide. Und nicht du, Luigi. Komm nochmal runter, du Propeller-Heini-Hals-Krausel da. Oh ja, machst du ganz toll. Danke. So. Jetzt aber. Na, endlich. Und der zweite Stern. Müssen wir mal gucken, wo der letzte ist. Oh nein, ein Gong. Sag jetzt nicht, ich muss die Typen jetzt benutzen, um einen Gong zu schlagen. Doch, muss ich. Ich brauch den jetzt. Oh. Komm. Hier. Hier steh ich. Hier steh ich. Gong. Gong. Mach den Gong. Du sollst den Gong schlagen. Bist du zu blöd, um einen Gong zu schlagen? Du bist zu dumm, um einen Gong zu treffen. Und ich habe kein... Ich habe kein... Äh... Dings. Keine... Keine... Man, wie heißt das jetzt? Eine Feuerblume habe ich jetzt nicht. Dann muss ich echt nochmal wiederkommen mit der Feuerblume. Das wäre scheiße. Doch, ich brauche eine. Da kann ich der Hammer... Da kann der Hammer, Bro. Da könnte doch eigentlich einen Hammer werfen, so. Der könnte genau darin fallen. Aber macht das natürlich nicht. Nö, warum auch? Der ist zu blöd zum Werfen, so. Müssen wir hier hin? Hier stehe ich. Ach, vergiss es einfach. Geh sterben. Du sollst sterben und nicht mich treffen. Hätte ich irgendwas versteckt? Nö. Kann hier nicht irgendwas versteckt sein? Eck, Stein, Eck, Stein, Adel, es muss verschleckt sein. Kann ich hier rauf? Jo, kann ich. Ich habe gerade echt überlegt, wie man jetzt da hochkommen soll. Dann kommt natürlich mit dem Propeller hier hoch. Zack, hoch. Da kommt schon hoch jetzt hier. Ich will den Stern. Da muss ich nochmal hier rein. Na ja, das ist das große Problem. Und? Ja, perfekt. Super gemacht, Luigi. Das ist voll fein gemacht. Sehr schön gemacht. Gefällt mir. Juhu. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen ab in die nächste Welt. Also jetzt den einen Sterne zum Schluss werde ich dann irgendwann anders holen. Also das mache ich jetzt nicht in dem Part hier. Ich will ein paar Level schaffen. Okay, weiter geht's. Was haben wir jetzt für eine Welt? Die Buhu-Welt. Okay. Was ist eigentlich noch alles zu tun? Warte mal. Zwei Welten kommen noch? Ach, ah ja. Ich muss ja noch was anderes schaffen. Moment. Ähm. Ähm. Ja. Ich hole mir ganz kurz Items. Damit ich dieses, ähm. Diese Challenge da schaffen kann. Weil die war irgendwie voll stressig. Könnt ihr euch erinnern an den Part, wo ich da gegen diese Chuggies da gekämpft habe? Äh. Natürlich hast du nur... Ich bin schon wieder auf dich reingefallen. Mein so blödes kleines... Süßer... Falt dich tot. Ne, du süßer Tod. Du hast mich wieder reingelegt. Aber ohne Dings gehe ich da nicht hin. Hm, 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 hm. Ist hier vielleicht noch ein Torthaus? Ein Torthaus? Vielleicht... Ja, da ist noch eins. Schön. Sehr gut. Und es war immer die... Es war eigentlich... Ich muss mir merken, in dieser Welt davon, Bowser, ist es immer die Große. Und hier ist es die Kleine. Lass mich mit. Na, komm, nehme ich das mit. Das ist eine gute Kombi. Feuer und Bumerang ist immer am besten. Und auf geht's in die Welt mit den ganzen Challenges, mit den Chucky Norrisons und, und, und den Eisdingern da, den Schneemännern und... Und so weiter und so fort. Dass ich es nicht fertig kriege. Diese Zeit habe ich noch... Oh, ja. Wenn ich das richtig sehe... Ja, nicht mehr viel. Keilerei im Rätselhaus. Das mache ich jetzt noch fertig. Und ich brauche diesen komischen... Mit Liedem ist es einfach nur einfacher. Schon haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und weiter. Geh weg. Nummer zwei. Oh nö, komm. Ey, der hat mich doch bloß gestreift. Ach komm, hallo. Du, komm her. Und zack, das war der Nächste. Jetzt komm. Ach, die Typen. Da hat nämlich nur einer. Wuppt, tot. Danke für den Stern. Jetzt komm. Ach ja. Natürlich. Das war es mir jetzt wert. Das wollte ich jetzt sichern. Ach, ich fange wieder von vorn. Ich fange wieder von vorne an? Das wusste ich gar nicht, dass man dann trotzdem sein Item behält. Ist ja geil. Oh, 20 Minuten. Ah, schnell den Part beenden. Ich habe keine Zeit mehr. Geh weg. So, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Reinschauen. Und dann, ja. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.